so wir haben das letzte mal darüber geredet dass wir es ging darum wann man selbstständig ist und so und ich glaube ich habe den gedanken nicht ganz zu ende geführt sondern so ein bisschen angekratzt aber ich glaube damit habe ich schon so ein bisschen bisschen recht gehabt oder gibt mir mal recht wenn ich recht habe dann gibt mir halt dann bitte auch einmal recht wenn ich denn schon recht habt dann sollte man mir auch recht geben aber ich würde sich gerne außen alles so umbauen aber das ist immer so so umständlich und so viel arbeit hier wäre natürlich super noch für ein wässerchen was dann hier runter fließt versteht ihr stehen sie das fließt nämlich hier so und dann hier so lange dann darunter weil warum nicht oder das sehe doch nach etwas aus oder einfach nicht ich glaube das sehr sehr gut aus wenn das so fließen wir dann fließt hier runter und dann da so und dann da unten kommt es mit dem wasser zusammen dann haben wir hier nämlich ein wasser feldchen drin ich finde das ich finde das ganz 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 toll wir müssen dann mal wieder die eimer rausholen glaube ich und vor allem mal wieder schlafen gehen jetzt habe ich mir jetzt hier eine intelligente einen intelligenten weg in mein haus eigentlich gebaut ich glaube nein und das ist mir auch noch ein dorn im auge hier drüben da diese anstalt hier naja achso da könnte ich noch mal die platte hinbauen gut ja das passt sich ja hier schon ganz gut ein und jetzt müsste eigentlich auch hier hell genug sein dass hier nicht gleich wieder ein creeper spawnt hoffe ich das war ja wirklich so ja und da wir müssen mal so haus farben irgendwie leute haus farbe was ist unsere haus farbe also hier von der burg jedem ihr wisst doch eigentlich jeder burg hat für sein wappen immer so eine haus farbe welche nehmen wir hier ich hatte halt blau grad da aber wir können uns ja jede farbe irgendwie besorgen und dann halten wir uns nämlich so ein bisschen an diesem ding also hier zum beispiel habe ich eben das blau und das weiß blau und das rot und das wird schon so die sache in die richtung wir gehen könnten dass man sagt ja wir haben da vorne schon blau und rot das behalten wir halt irgendwie bei oder so ich weiß auch nicht na dann könnte man halt noch so ein musterteppich hier anlegen oder so geht das denn so so habe ich noch zwei davon dann hätte ich das ein kreuz teppich wenn ich noch eine weiße wolle hätte und meine weiße wolle ich habe doch so um wolle ohne ende weiße wolle hellgrau warte mal ich könnte doch mit der hellgrauen wolle noch schön teppich bauen oder das geht nicht aha aha woher kommt dann die hellgraue wolle hatte ich hellgraue schafe ernsthaft leute hellgraue schafe hatte ich so was ich weiß gar nicht ob das aussieht wenn ich jetzt so ein teppich rein kleister so ein läufer das war schon das war alles an teppich sechs stück da sollte ich da eher auch noch den holzboden weil wir haben jetzt da halt zu diesen diesen grad liegen holzboden dass man daher halt auch so ein holzstrich rein macht ich glaube das wäre angebracht ich glaube dass das ist weil dann habe ich ein bisschen eine synchronität hier wieder drin baue ich jetzt den teppich gerade mal hin fragen mich warum aber da da passt halt gerade rein wobei das ging ja eigentlich dann könnte man da wirklich so ich brauche bücherregale auf jeden fall noch bücherregale und die beiden wollte ich hier hinbauen und das wollte ich hier noch hinbauen und das boot da hatte ich auch noch eine idee so und zwar wie wollte ich das jetzt machen hätte ich hier so die truhe rein da könnte ich ja genau da hatte ich die pflanze die könnte ich ja wieder einbauen weil die pflanze dürfte jetzt nicht mehr anfangen zu brennen oder müssten wir mal testen ob das holz hier feuer fängt aber sollte nicht weil das da an der seite fängt ja auch kein feuer also dieses halt von dem her müsste das eigentlich passen so genau da kann man doch vor die pflanze mal noch wir nutzen dieses act da für die truhe oder dann halt eher für so ein bisschen das darf ich da nicht so dran bauen das darf es nicht komm du da auch noch mal weg mich stört das ein bisschen mit dem gitter hier aber wir machen das gitter weg oder dann hat man halt dann ist ja die gefahr größer dass man da reinfällt ich glaube ich brauche es jetzt nicht als schutz oder das war ungeschickt jetzt wollte ich gerade noch ein thema anfangen dass ich jetzt vergessen habe ich wollte mit euch noch über was ganz wichtiges reden eine ganz wichtige eine wichtige thematik für den sommer ach ich weiß nicht ich vergesse das immer dann ist immer so wenn man so ein bisschen so dann abgelenkt wird vor allem bei minecraft ist das halt sehr krass weil man muss sich dann immer auf was anderes so richtig konzentrieren ich will halt dann nicht immer gleich so viel scheiß bauen ja dann schon so ein bisschen qualität abliefern hier wenigstens ein bisschen ja ich glaube ich lass das hier so oder ich glaube ich das kann man so lassen so dann kommt danach die ecke hin so dass da noch so ein table genau und dann haben wir nämlich darüber so da noch so eine art regal da habe ich jetzt natürlich das ding rein das muss man dann da raushauen genau dann kommt das regal dann rein dann schließt sich da oben nämlich auch die lücke so ja dann wäre da nämlich schon mal ein bisschen innen eingerichtet was könnten wir denn hier noch ein bisschen akzentuit da reinsetzen ich hab jetzt hier noch ein bisschen grau noch ein bisschen weiß also weiße wolle haben wir noch genug also daran ich müsste halt nur holen ja daran sollte es jetzt nicht scheitern na wobei ein teppich in der eingangshalle da ist ja jeder macht sich hier läuft hier mit den dreckigen straßenschuhen durch da glaube ich werde ein teppich hier oben eher noch angebracht im königlichen schlafsagen wobei ich jetzt am überlegen bin habe ich schlaf gemacht vielleicht ein zweiter höher sitzt an die hier ist ja dann sind die aus ausgucktürme kann man natürlich auch nicht offen so stehen lassen aber wer läuft schon einmal durch schlafzimmer durch wenn er durch schlafzimmer durch wenn ich hier oben dann durch ausguck gucken will da hat er normales schlafzimmer ganz oben oder wer geht mit seinen komischen leitern da baut man normalerweise treppen ich bin auch überlegt ob ich jetzt hier nicht eine treppe so hoch bauen soll werde ich natürlich auch wieder hier ein bisschen mehr mehr spielraum und das wird wegfallen da und dann hat mich hier im schlafzimmer hat auch den den raustritt auf den schönen balkon nach draußen in dem man dann da was von der brücke halt eben sehen kann wer weiß da schon ich habe da gerade eine idee ich weiß nicht ob das hinhaut ich weiß nicht ob ich sowas kann ja genau das und das hasse ich sowas wie tf ja ja wenn man einmal nicht nicht alles selber macht werden dann eskaliert das so so nehmen wir mal das mit und wir nehmen mal wir nehmen noch mal das hier mit genau und densen bauen wir uns noch mal eben schnell daraus so 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 brauchen ein paar treppen und dann gucken wir mal ob ich da sowas bauen kann wie ich mir das vorgestellt habe ich fürchte eher nicht aber mal sehen und ich weiß auch nicht ob das aussieht ich wollte mir so ein bisschen ein ein status symbol ein status symbol hier vielleicht auf den ich komme raus ich komme raus dann so 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 nein das ist quatsch so Ähm, das muss ich nämlich so machen, so, so, äh, so, ja, und dann so, so, äh, jetzt Ich denke mir ungefähr dasselbe, weil ich nämlich auch noch keinen so richtigen Plan habe, was ich hier tue Ich wollte halt irgendwas, so eine Statue oder irgendwie sowas in der Art halt hinsetzen, ich weiß auch was Was das Haus so ein bisschen darstellt Aber was soll das sein? Vor allem wie bescheuert sieht das aus, das sieht eher so ein bisschen aus Als könnte ich hier so einen Thron draus machen oder so Na, verstehen Sie? Dass man sagt, da, ja, da, da thront der König Da sitzt er sich drauf mit seinem feisten Arsch Und guckt sich von da sein Volk an, das unter ihm leidet Leidet Hier schön mit, mit Arschpolster, verstehen Sie? Und guckt dann da hier so nach unten Ha Alles meins, alles, alles meins Im Regen, aber trotzdem meins Ja, ich weiß auch nicht Ich lass das mal hier stehen Kommentiert das mal bitte Ich bin mir da echt total unschlüssig, ob das irgendwie toll ist Kann ich nicht schlafen gehen? Nee Ja und hier muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen Wie ich das zumachen soll Ich schätze mal mit einer fetten Fensterfront oder so Mit Steinen Oder mit eben diesem hier Da wäre ja dann das so angebracht, oder? Wann muss denn das gehen? So Das ginge sogar, glaube ich Genau, weil hier innen muss ja dann Da muss ich ja dann spätestens da Wieder eine Tür Hm Ne, dass man, verstehen Sie, dass man hier so das hat Sondern wäre ja da wieder eine Tür Ich kann ja keine Doppeltüren machen, weil das ja jetzt in dem Von der Aufteilung her nicht Funktionabel ist Dann muss aber der Stein hier auch raus Da muss doch Holz rein, sonst sieht das nicht aus So, like this Und dann müsste da eigentlich auch Holz hin Gut Dann wäre dann da Holz Ha Ja Also da mit dem Unterfangen hier Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, Leute Und dann kommt hier unten Seht ihr, also wir machen das mal hier vom Königspalast aus Also, da sieht man nicht Scheiß Regen, ey Kacke Arsch, du Doof Der Baum wächst und gedeiht, das finde ich sehr schön Der andere sollte auch mal wachsen Auf jeden Fall Hier ist dann Platz Da unten ist ein Zombie Hätte ich jetzt einen Sniper Würde ich ihn wegschießen Also hier kommt dann Wahrscheinlich der Brunnen Und da kommen dann, hatte ich mir vorgestellt noch so Weil das müssen wir irgendwie verbinden Da hinten ist ja Das Schmiedehaus Dass man da so ein kleines Ding draus macht Was dann hier so anknüpft noch so ein bisschen So Gebäude, ja Und dann vielleicht da so eine Art Marktplatz hin Oder so Oder so ein kleines Markt Städtchen Was ich da so hoch auf den Berg Dass ich den Stein, also den Berg belasse Und da mich so anpasse mit den Gebäuden Oder Dass ich jetzt Da mache ich eine Fläche Und mache dann hier so eine Art nochmal eine große Farm Mit Pferdestall und so Oder ohne Pferdestall Der ist da drüben schon Wobei das ist jetzt Naja, ne Kann ja auch mehrere Pferdeställe geben Oder halt so eine Art Markt Und mit Brunnen und so Und Häuschen In denen man wohnen kann Ich würde halt gerne so eine kleine Achterbahn irgendwo reinbauen Ich finde das immer geil Ich finde das immer geil eine Achterbahn irgendwo bauen zu können Ja, das wäre schon sehr nice Ja, Leute, guckt euch das Ding mal an Abreißen, schreibt mal rein Abreißen, stehen lassen Und sonst was euch so einfällt Zu dem Thema heute Also ein Thema gab es nicht wirklich Beim nächsten Mal gibt es wieder Thema Bis dann, ich bin raus, tschüss Ich bin raus, ich bin raus Ich bin raus, ich bin raus Ich bin raus, ich bin raus Auf der jetzt